You can go fast, I can go anywhere. Und anywhere nehme ich auch mittlerweile diesen Hüftgürtel, ein Ansitzgürtel, der Firma Waldkautz mit. Dieses äußerst praktische Teil werde ich euch jetzt mal in einem kleinen kurzen Test vorstellen. Viel Spaß dabei! Ja, dieser Hüftgürtel von Waldkautz ist aus einem sehr robusten Material, ich würde mal sagen, das ist so Lodenfilz, gearbeitet. Er hat insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Taschen. Davon sind eins, zwei, drei, vier, fünf mit Reißverschlüssen gearbeitet, die man auch sehr bequem mit Handschuhen öffnen kann und die ein wirklich großes Volumen haben. Hier ist noch eine Tasche, die sich mit einem Antiklederverschluss verschließen lässt. Und diese Tasche hat lediglich einen Gummizuch, dass man schnell zugreifen kann, zum Beispiel für ein Hundeleckerli oder ähnliches. Wie gesagt, für mich ist dieser Hüftgürtel mittlerweile totaler Ersatz für einen Jagdrucksack geworden. Es lässt sich äußerst bequem tragen und das ganze Gewicht sitzt auf den Hüften und nicht auf dem Rücken. Nachdem ich die Tasche aus der Nähe bereits vorgestellt habe, will ich jetzt mal zeigen, was so alles man dort reinpacken kann, was man so für einen normalen Ansatz braucht. Und es ist, wie gesagt, eben ein kompletter Ersatz für einen Jagdrucksack. Also ein Messer, ein improvisierter Bergegurt, eine Aufbrechsäge. Wirklich enorm, was in diesen Hüftgürtel alles reinpasst, oder? Also beziehen kann man das Teil über www.waldkauz.net Im Onlineshop haben die das Ding vorrätig. Es kostet so knapp 170 Euro. Bis zum nächsten Mal.